Wir können nur uns selbst verändern. Und deswegen der dritte Punkt ist eben, aus diesen Bankbilanzen rauszugehen. Denn nochmal, sie werden Teil dieser Bank, obwohl sie es gar nicht wissen. Und sie müssen eben rein ins sogenanntes Sondervermögen, das vor Enteignung geschützt ist. Es tun sich ganz interessante Probleme auf. Eine Nachbarin von mir zum Beispiel hat jetzt ein interessantes Problem, das ich auch gerne hätte. Die hat also ein Haus verkauft in der Frankfurter Innenstadt für einen ordentlichen Preis. Und die hat jetzt das Geld übrig. Also die weiß nicht genau, was sie machen soll. Sie kauft jetzt Wohnungen, aber traut sich aber auch nicht so richtig. Und spielt jetzt mit dem Gedanken, das Geld auf der Bank liegen zu lassen. Ist das eine gute Idee? Nein. Es gibt zwei große Herausforderungen. Das eine ist die offensichtliche Herausforderung. Und das ist die verdammte Geldentwertung, die aber letztendlich stattfinden muss. Also wir sind in der Wirtschaft an einem Punkt angekommen, wo die Verschuldung höchstwahrscheinlich nur noch durch Inflation abgetragen werden kann. Das heißt also, wer heute 100.000 Euro auf dem Girokonto hat und das bei einer Inflation, und wir wissen, die echte Inflation ist anders als das, was ausgegeben wird, von 5 Prozent, wir jetzt lediglich annehmen, hat man nach mehreren Jahren große Teile dieser 100.000 Euro entwertet. Das heißt, die sind immer noch auf dem Konto drauf, das ist das Fiese. Also die Nullen sind da, bloß mit diesen Nullen können sie sich nicht mehr das kaufen, was sie sich jetzt kaufen können. Das ist das eine Problem. Herzliche Einladung zu unserem Kapitaltag am 19.04.2024. Gemeinsam mit Prof. Dr. Max Otte, Prof. Dr. Homburg, Dr. Markus Krall, Dominik Kettner und vielen weiteren tollen Sprechern werden wir den folgenden Fragen auf den Grund gehen. Wie geht es weiter im Krieg Russland-Ukraine? Welche Auswirkungen haben die Kriege im Gazastreifen? Welche Auswirkungen haben mögliche Scharmützel in China und Taiwan? Wie geht es weiter mit der aktuellen Bankenlandschaft? Und wo können Sie eigentlich Ihr Geld noch sicher und rentabel anlegen? All das am 19.04.2024. Anmeldung der begrenzten Tickets bitte unterhalb dieses Videos. Das andere große Problem ist die Sicherheit der Banken, die einem objektiv auch erstmal als gegeben erscheint. Ja, da wird einem warm ums Herz, da liegt es ja gut. Genau, und das ist deswegen, weil Banken das seit Jahren und Jahrzehnten hervorragend framen. Was sie allerdings nicht zeigen ist, dass wir allein im amerikanischen Bankensystem heute aufgrund der ganz schnellen Zinssteigerungen der letzten Jahre, das war die größte oder die intensivste, die schnellste Zinssteigerung seit Aufzeichnung der Wirtschaftsgeschichte, die hat dazu geführt, dass wir heute von Verlusten, nicht realisierten Verlusten im Anleihenbereich bei einem Betrag von 700 Milliarden US-Dollar angekommen sind. Das ist also so eine gewaltige Summe an nicht realisierten Verlusten, dass man an der Stabilität des Finanzsystems ganz klare Zweifel haben kann. Und das große Problem ist, das ist so ein bisschen versteckt, weil wenn wir uns heute die Banken anschauen, die Bankenlandschaft, JP Morgan, die ganz, ganz Großen, die fahren Gewinne, teilweise sogar Rekordgewinne. Wenn man das sich aber genau anschaut, liegt es in vielen Fällen gar nicht so sehr daran, dass sie so gut wirtschaften, sondern es liegt daran, Herr Winter, dass Banken sind ja auch gesetzlich reglementiert. Und eine dieser Reglementierungen heißt, dass sie eben Rückstellungen bilden müssen für den Fall, dass Kredite ausfallen. Das passiert in der Rezession häufiger als in prosperierenden Zeiten. Also das ist normal. Aber jetzt gerade werden eben Risikorückstellungen aufgelöst. Und das wird dann als Gewinn verbucht. Das ist normal. Da kommt was rein, sozusagen. Aber nur auf dem Papier. Okay. Und deswegen können Banken heute sagen, wir haben eine tolle, gute Ertragslage. Ja. Dass aber da auf der anderen Seite Risiken schlummern im Milliardenbereich, der in die Billionen schon fast geht, das wird nicht gezeigt. Und das Dramatische ist, es war schon da. Und ich spreche jetzt nicht von 2007, 2008. Da sind ja Banken in einem Ausmaßkrachen gegangen. Das ist durch die Zeitungen gegangen. Erinnern Sie sich bitte an den März 2023, Erwinter. Da sind drei große Banken. Eine war die Signature Bank, Silicon Valley Bank und so weiter. Das waren große Banken, die krachen gegangen sind, die einen Umfang hatten, einen Ausmaß, dass die Summe der anderen Banken aus 2007, 2008 fast äquivalent war. Diese drei, vier Dinger. Richtig. Lediglich diese drei, vier waren ähnlich groß von den Bilanzsummen her, wie diese Hunderten von Banken, oder sehr, sehr vielen Banken, die damals 2007, 2008 pleite gegangen sind. Zeit hier war Ruhe. Also wir sind jetzt in dem Jahr 2024. Das Problem ist allerdings, im März 2023 hat die Federal Reserve Notprogramme für Banken aufgelegt, um eben dieses gesamte Bankensystem zu stützen. Wenn das nicht gekommen wäre, wäre das Bankensystem abgerauscht. Was bedeutet das? Was passiert, wenn ein Bankensystem abrauscht? Also meine Nachbarin schaut jeden Morgen Online-Banking, sieht ihre zwei Millionen Dollar da liegen und ist happy. Was passiert der, wenn die Banken abrauschen? Kennen Sie noch die Kauptingbank? Ja, Island. Ja, richtig. Und die hatte Filialen hier in Deutschland, deutsche Kundengelder, die ist pleite gegangen in der letzten Finanzkrise. Gelder, die über 100.000 Euro betragen haben und auf dem Konto gelegen haben, waren weg. Weil, und das ist das perfide daran, dass eben nicht ihnen gehört auf der Bank, sondern sobald sie es auf der Bank einzahlen, Teil der Bank wird. Oh. Ah. Also das ist jetzt auch keine Idee oder so, sondern es steht in den AGBs, das kann man nachlesen. Die ich nie lese, diese Kleingedruckte. Kein Mensch lese die. Ja, okay, verstehe. Ach, das ist gar nicht mehr mein Geld dann? Nein, nein. Und in dem Fall, dass Banken wanken oder dass Banken kaputt gehen, wie jetzt übrigens auch wieder im November 2023, können wir gerne hier einschneiden. Auf NTV ist gebracht worden, eine Volks- und Reifeisenbank hatte große Probleme, große Herausforderungen. Und wenn das eben dann kaputt geht, muss entweder der Einlagensicherungsfonds eintreten oder die Gelder sind weg. Das heißt null. Adio. Das heißt, meine Freundin, ich frage ja immer für einen Freund, ja. Nein, ist diesmal tatsächlich so. Die hat jetzt also weit mehr als 100.000 auf der Bank. Und es könnte aber passieren, dass ihr morgens beim Online-Banking dann merkt, wenn sie überhaupt noch auf die Website kommt, dass da nur noch 100.000 liegen. Schauen Sie, wir sind jetzt keine Schwarzmaler. Also für uns ist das Glas mindestens halb voll. Weil wir sind da sehr optimistisch in die Zukunft. Bloß das sind einfach Risiken, über die wenig gesprochen werden, die aber bereits eingetreten sind. Ja. Es ist ja jetzt nicht so, dass Banken und das Dramatische an dem Bankensystem ist, es wird ja immer unterstellt, zum Beispiel die Silicon Valley Bank. Da wurde unterstellt, dass sie deswegen pleite gegangen ist, weil sie in ein Geschäftsfeld investiert hatte, das sich gerade oder in 2022 sich nicht so gut entwickelt hat. Nämlich IT und Silicon Valley, also diese Dinge. Das war auch so in 2022. Das war aber nicht der Grund, warum die pleite gegangen sind. Und die Herkunft ist eine ganz andere. Sie müssen wissen, jede Bank, und es könnte sogar die sicherste Bank der Welt sein, die ich jetzt nicht kenne, aber selbst die sicherste Bank der Welt hat nie immer das Geld vorrätig, was sie dort einzahlen. Absolut. Das ist das Geschäftsmodell von Banken. Das ist normal. Und warum gehen Banken pleite? Run. Richtig. Und ein Bankenrun hat nie etwas damit zu tun, dass die Bank es rechnerisch womöglich nicht schaffen könnte. Selbst die große Schweizer Bank, die dann zwangsverheiratet wurde, hätte es rechnerisch schaffen können. Aha. Bloß, dann geht eben der Mensch los. Der Vertrauen, die Vertrauenskrise. Die Angst, die Panik, wie ihre Freundin. Freundin, die Freundin, das erzähle ich ihr heute Abend. Nein, aber auch die Silicon Valley Bank, das hat sehr nachweislich, war das so auf dem Flugradar und so, konnte man sehen, wie die Privatchats übers Wochenende hingepilgert sind und am Montag war das Ding platt. Aber das ist ja USA. Wir sind ja hier in Deutschland, wo alles reguliert und regulat ist. Sie sind zwar ein Lichtenstein, was ich nicht verstehe, aber gut. Und hier kann ja sowas nicht passieren, denkt meine Nachbarin. Also wie realistisch ist denn ein Krisenszenario? Ich meine, ich frage hier natürlich im Angesicht dieses Buches, das da steht, der Weltsystemcrash. Also der Herr Otter hat ja da auch schon drüber geschrieben. Aber jetzt so, jetzt haben wir die Bauernproteste, jetzt haben wir die Irritation über die wirtschaftlichen Folgen der Politik. Jetzt haben wir Banken, die schon ein bisschen on edge sind und so weiter. Sie wollen gerne positiv sein, aber ich muss sie trotzdem fragen. Wenn Sie so als Investor sagen, wie ist denn die Situation, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass da demnächst was schief geht und wie lange dauert es noch? Es ist natürlich sehr unseriös, in der konkrete Dinge zu sagen. Wir haben natürlich auch keine Glaskugel. Wir gehen davon aus, dass Banken im Jahr 2024 vor großen Herausforderungen stehen. Und die Frage ist aus unserer Sicht nicht ob, sondern eher wann, die wir auch nicht beantworten können. Und bloß die viel weitergehende Frage, die sich natürlich die Zuschauerinnen und Zuschauer fragen müssen, ist, wie kann man sich darauf vorbereiten? Genau. Und da wollen wir wirklich die Bremse einlegen, denn da gibt es natürlich ganz, ganz wilde Sachen. Alles Geld in Gold investieren, alles von der Bank runternehmen und, und, und. Also es gibt die wildesten Spekulationen. Zwei gute Ideen, wie ich finde. Es gibt aber seriöse Dinge, die man machen kann. Ja. Drei Stück. Aha. Erstens. Ruhig bleiben und ein kleines bisschen mehr Bargeld zu Hause haben als normal. Ah. Bitte nicht übertreiben, Herr Winter. Ich kenne Menschen, die, und natürlich kommt es auf den persönlichen Lebensstandard drauf an, aber wenn sie mehrere hunderttausend bis Millionen zu Hause haben. Gefahr besteht nicht. Dann ist es womöglich zu viel. Ja. Das kann ich dann zu meinen Prepper-Vorbereitungs-Sachen im Keller legen. Naja, in diese Sache zahlt es ein. Gerne, ja. Das Zweite ist, sicherlich sein Geld auf verschiedene Banken zu verteilen. Das ist immer interessant, wenn wir über sichere und seriöse Geldanlage sprechen, nicht alle Eier in einen Korb zu legen. Und da aber bitte auch mal darüber nachdenken, auch ins Ausland zu gehen. Ja. Wir arbeiten ja stark mit Lichtenstein zusammen. Da haben wir übrigens auch einen Lichtenstein-Report verfasst, den kann man sich unterhalb des Beitrags dann auch kostenlos herunterladen. Denn dieser Standort Lichtenstein hat große Vorteile. Bitte dann auch nochmal genau nachlesen im Report. Das wäre aber die zweite Sache. Also nicht alle Gelder auf einer Bank liegen lassen. Und auch nicht in einer Währung. Auch das könnte interessant sein. Okay. Und das Dritte ist dann eben, und damit haben sie es dann aber auch erledigt, dann muss man sich damit mental auch wieder verabschieden, weil der Punkt ist der, Herr Winter. Und das muss man sich ganz klar sagen. Ich habe genug Sorgen mit der Politik. Nein, Sie und ich können es nicht verändern. Verstehen Sie? Also wir können ja dann jetzt halt nicht nach New York fliegen und dort Notenbanker verändern oder in Frankfurt Dinge verändern. Das ist außerhalb unseres. Wir können nur uns selbst verändern. Und deswegen der dritte Punkt ist eben, aus diesen Bankbilanzen rauszugehen. Denn nochmal, Sie werden Teil dieser Bank, obwohl Sie es gar nicht wissen. Und Sie müssen eben rein ins sogenanntes Sondervermögen, das vor Enteignung geschützt ist. Das heißt, was ist Sondervermögen? Entschuldigung. Nein, das war jetzt ein Scherz. Ich weiß, dass die Regierung Sondervermögen so nennt. Ja, das ist nochmal ein anderes Sondervermögen, das ist ein negatives Sondervermögen. Das sind Fonds letztendlich. Also das wäre die Möglichkeit, einfach sein Geld in Produktivkapital umzuwandeln, sich an tollen Unternehmen des täglichen Lebens ohne große Spekulation zu beteiligen. Aktien und Anleihen. Aktien und Anleihen. Anleihen wären jetzt weniger Produktivkapital. Wir denken eher über Aktien nach. Genau. Fonds ist ein großes Thema. Das heißt also, der Laie denkt, die Aktien sind ganz volatile Dinger, da lasse ich lieber die Finger davon. Noch nicht mal im Fonds, das ist was für Spekulanten und High-O-Pice. Ich lasse mein Geld lieber bei der Bank, weil ich meinen Bankdirektor kenne und weil das so seriös ist. Weil es da sicherer ist. Ja, das ist absurd. Ich weiß nicht, dass das große Problem bei Banken ist, dass dort Menschen sind, also Kunden, die oft vermögend sind, die aber von Menschen beraten werden, die nicht vermögend sind. Das ist dasselbe, wenn sie zu einem, wenn sie abnehmen wollen und aber jemanden fragen, der übergewichtiger ist, als man selbst wäre. Ja, wenn du was nicht kannst, lehre, lehre es, ja genau, berate, genau. Und der andere Punkt ist aber der, bei den Banken, natürlich strahlen die nach außen in Sicherheit aus und in vielen Fällen trifft es auch zu. Ich kann nicht sagen, dass alle Banken unseriös sind oder dass das alles schlecht sein wird. Das alles nicht. Bloß wir gehen wirklich davon aus, dass einige wenige Banken große, große Probleme und Herausforderungen haben. Die schlagartig zutage drehen. Und das große, noch größere Problem ist, als damals diese Kaupting-Bank baden gegangen ist, die hatte zuvor irrwitzige Angebote. Ja, vier Prozent aufs Tagesgeld, fünf, ich weiß es nicht mehr. Ja, ich weiß noch, das war ja das Zinswunder bei denen. Das Zinswunder, ja, also das waren hohe Zinsen. Und inzwischen ist es wieder so, dass wir wieder Zinsen haben nach einer Dekade der Nullzinsen. Und auch jetzt sehe ich wieder Angebote von Banken, die ich überhaupt nicht kenne. Nein, bringen sie ihr Geld zu uns, über Nacht bekommen sie XYZ. Das ist das, wo ich einfach vorsichtig bin, verstehen Sie? Mir geht es jetzt halt nicht darum, die Leute in Panik zu versetzen. Bloß, seien Sie mal nicht böse, wenn dann natürlich der Zinshüpfer, der von 4,0 auf 4,1 zu irgendeiner unseriösen Bank geht, nur wegen 0,1 über Nacht mehr. Und die Bank nicht mal kennt und dann vielleicht sogar auf Englisch-Fragebögen ausfallen muss. Ja. Der könnte womöglich sich eines Tages mit großen Problemen konfrontiert sehen. Genau, das Elegante an diesen Bankruns ist ja, wenn ich das richtig gelesen habe, die Plötzlichkeit. Klar. Dass man also sagt, wenn man angerufen wird von seinen Kumpels, du, es passiert ein Bankrun, es ist schon zu spät. Ja, klar. Dann sind Sie schon nicht mehr bei den Anfangsrennern und da ist die Bank schon zu. Sie müssen da in der Schlange stehen, aber selbst dann ist es zu spät. Aber Sie empfehlen auch Edelmetalle. Klar, unbedingt. Also man muss natürlich das schon ein Stück weit unterscheiden, denn empfehlen ist immer ein sehr mächtiges Wort. Der Punkt ist der, was können Edelmetalle? Edelmetalle haben es bewiesen seit nicht erst zehn Jahren und auch nicht erst seit hundert Jahren, sondern über Jahrtausende hinweg eine werterhaltende Funktion zu haben. Und zwar über alle Krisen hinweg, über alle Inflationszeiträume hinweg, über sämtliche Geldentwertungsmechanismen. Durch die physische Präsenz allein. Und durch die Begrenztheit letztendlich. Ja, genau. Das ist die Macht der Edelmetalle. Deswegen empfehlen wir immer einen gewissen Teil seines Vermögens auch in diese Dinge zu investieren. Was aber Edelmetalle nicht können, ist ein Vermögensaufbau, der darüber hinaus stattfinden könnte. Wissen Sie, wir arbeiten mit Unternehmen zusammen, die wachsen im Jahr 10, 15, 20 Prozent. Kundenzugewinne, Umsatzgewinne, Ertragsgewinne, all diese Sachen. Und das sind Dinge des täglichen Lebens. Also das sind jetzt hier keine Dinge, die Sie oder ich nicht verstehen können. Nein, Louis Vuitton. Ja, Louis Vuitton. Das gehört dazu. Louis Vuitton ist ein tolles Unternehmen. Also das by the way. Und das kann man auch gut verstehen. Das ist eben das Ende der Edelmetalle. Sie können eben über eine Inflation hinaus ihren Werterhalt haben. Sie können selbst, schauen Sie, in den 70er Jahren, da war der Besitz und der Handel von Gold verboten. Ah, was wiederkommen kann. Was kommen kann, aber selbst diese Dekade wurde überstanden und Gold ist immer noch da. Aha. Also das sind die Dinge. Ja, genau. Es ist nur schwer zu transportieren. Ja, da kommt dann noch diese wunderbare Anekdote zum Tragen, wenn man seine Goldbachern dann in der Bank im Schließfach aufbewahrt. A, ist es da nicht versichert, wie wir ja lernen mussten durch einen Einbruch vor zwei, drei Jahren. Und B, kommt man im Bankrun auch an seinen Schließfach nicht mehr ran. Womöglich ist es dann abgesperrt, so ist es ja. Ja, genau. Also ich fasse mal zusammen. Die politische Lage ist besorgniserregend. Kein Mensch weiß, wie es weitergeht. Die Regierung scheint nicht sehr angestrengt zu sein, das ändern zu wollen. Das birgt gewisse Risiken für den privaten Anleger. Und besonders auch deshalb, weil auch die Banken in keiner guten Verfassung sind. Ja, und da muss man, ich nehme jetzt mal Ihre Empfehlung auf, positiv bleiben, konstruktiv bleiben, das fällt mir schwer, aber trotzdem Augen auf. Augen auf unbedingt. Und wie gesagt, wir bleiben bei diesen Bankenrisiken. Da sollte man sicherlich nochmal über eine Streuung nachdenken und eben in das Sondervermögen, in Fonds, in Aktien reingehen. Denn damit bewirken Sie zwei Dinge, Sie holen das Geld aus dem Feuer rein und bringen es zur Arbeit. Punkt. Machen Sie das für mich, wenn ich Sie frage? Selbstverständlich, ich oder die Kollegen sind da für Sie ansprechbar, klar. Ich bin nämlich so ein bisschen scheu, ich habe ein bisschen Angst, ich weiß nicht, soll ich es so machen, soll ich es so machen? Das ist ganz gut, wenn man jemanden fragen kann, oder? Genau, und deswegen bieten wir das ja eben auch an. Sie haben die Möglichkeit, da auch mit einem meiner Kollegen zu sprechen oder Kolleginnen. Können wir auch gerne unterhalb dieses Beitrags dann auch verlinken, die Möglichkeit, da ein Gespräch zu vereinbaren. Herzlichen Dank. Sehr, sehr gerne.